ja hallo heute geht es mal wieder um das thema wettersonden hier liegt so eine ja außerhalb des gehäuses das gehäuse habe ich entfernt das ist ja so ein styropor gehäuse das habt ihr ja schon in einigen videos von mir gesehen ja heute geht es um das thema wettersonden umprogrammieren da habe ich ja schon mal ein video gemacht und zwar wo ich diese andere software auf diese sonde geflasht habe ja damit diese im ja im amateur funk band funktioniert im bereich von 435 megahertz als rtty barge und so weiter ja und heute geht es um das thema umprogrammieren im service mode weil weisala hat ja hier ein service mode eingebaut hat ja auch ihre eigene software darauf und ja das habe ich dann dementsprechend auch hier vorbereitet bei der sonde dieses experiment ich habe die antenne habe ich abgelötet habe ein koax kabel dran gelötet und ja die kommt dann noch auch in einen kochtopf weil ich muss die dann mal aktivieren und die wird dann diese hf-signale werden dann direkt in den str stick eingespeist per koax kabel und die leistung dieser sonde wo hier jetzt liegt es auf null reduziert also komplett runter geschraubt somit dass nichts in die luft dringen kann das ist ganz wichtig bei solchen experimenten also es darf nichts in die luft gehen es bleibt alles im kabel ja das haben wir auch ein bisschen ausgetestet das hat funktioniert auch wunderbar dazu muss ich die batterien hier einlegen dann habe ich hier so ein converter auf usb von serie auf usb das anschlussschema das werde ich euch ja das werde ich euch dann auch noch mal verlinken in der video beschreibung wie man das genau anschließt das sind einfach nur jumper kabel die dann hier auf diesen service stecker gehen von der wetter sonde aber wie gesagt da werde ich euch noch mal das genau verlinken wird aber im grunde genauso angeschlossen wie auch wenn ich die andere software programmieren würde ja da könnt ihr auch mal gerne mein anderes video anschauen vorher wo ich die andere software darauf gespielt habe das verlinke ich euch auch noch mal in der video beschreibung ist wirklich ganz interessant und wie gesagt also dieses anschlussschema das sehr winzig das ist jetzt schlecht hier in der kamera zu zeigen das zeige ich euch dann lieber ja auf ein bild was ich euch dann da verlinke wie das verbunden wird der link zu so einem converter hier werde ich euch auch in die video beschreibung setzen der ist nicht teuer der kostet glaube ich irgendwas um die 2 euro oder sowas ja wie gesagt ich bin darauf gekommen auf diesen service mode programmierung also der sinn ist ja der sache dass man keine andere software drauf lässt auf diese sonde sondern die vorhandene nutzt nutzen in dem sinne ja man kann die frequenz ändern aber nur innerhalb des sondenbandes also zwischen 400 und 406 megahertz man kann auch die sonde id ändern also nicht mehr diese nummer sondern irgendwas anderes rufzeichen zum beispiel und ja eigentlich alles andere auch die leistung kann man reduzieren oder auch erhöhen dies ja von das hat ja sieben stufen so eine sonde und normal eingestellt ist die auf stufe 3 wie gesagt ich habe die jetzt auf stufe 0 ja dass ich mein str stick auch nicht grille wenn die hf hier durch das kabel fließen ja sonst wäre der chip ganz schnell kaputt aber somit trinkt nichts aber absolut gar nichts davon auch in die luft wie gesagt das kommt dann noch in der blechdose beziehungsweise topf dass man da auf nummer sicher gehen ganz ganz wichtig ist das bei solchen experimenten ja und die software dazu dass welche euch alles jetzt gleich am pc noch zeigen wie das funktioniert und wie ich überhaupt darauf gekommen bin das zu tun weil ich habe da eine zeitschrift gefunden im internet wo das genau beschrieben steht wie das funktioniert dass man die original software nutzen kann ja das ist eine italienische zeitschrift so eine art funk amateur zeitschrift ist das aus italien und ja das zeige ich euch auch noch mal da steht auch alles beschrieben drin wie das genau funktioniert ach und da ist ja auch übrigens auch das anschlussschema auch schon mit drin also da könnt ihr dann auch mal gucken aber das zeige ich euch jetzt mal alles am pc wie das hier funktioniert wie man dann da die original software in diesem service mode wie man das so nennt nutzen kann gut dann schalte ich mal um auf die pc kamera so jetzt sind wir hier erst einmal auf dem pdf wo ich da gefunden habe das ist auch soweit ich das gesehen habe diese neueste ausgabe von dieser ja zeitschrift aus italien wo diese ganze service mode geschichte beschrieben steht ich habe das auch schon in vielen facebook gruppen gelesen wie das geht aber ich habe mich darum eigentlich nie gekümmert bis ich dann hier diese zeitschrift entdeckt habe ja ich mache auf jeden fall auch einen link zu der internetseite wo ihr diese zeitschrift euch als pdf herunterladen könnt das ist wie gesagt eine italienische zeitschrift und ja dann gehen wir mal auf seite 47 war das glaube ich gerade mal ja genau auf seite 47 steht ja das eigentlich komplett beschrieben drin wie das funktioniert mit diesem service mode und ja da steht einmal auch ein link auch zusammen ttl converter das einzige was ich gemerkt habe was nicht funktioniert diese 3,3 volt anschluss ja da funktioniert das nicht mehr also ich legte die batterien dort ein in die sonde und legt und las diese 3,3 volt hier von dir das ist hier so ein bild von dem stecker von der sonde von der mir reden ja hier von der rs 41 wettersonde den lasse ich im grunde weg ja und verbinde im grunde nur tx rx aber über kreuz also tx und rx ist auch auf diesem ttl converter gekennzeichnet auf dem ttl converter wenn da jetzt der rx anschluss ist den tue ich auf den tx und rumgedreht dann den tx anschluss vom ttl converter auf den rx anschluss der wettersonde ja und ja viel mehr ist es eigentlich gar nicht dann noch diese diesen ground anschluss ja und dann sollte das eigentlich laufen und dann halt noch die batterien einlegen das ist wichtig und dann steht hier ja schon beschrieben eigentlich alles ich meine das kann man sich es ist zwar auf italienisch aber das kann man sich ja per google übersetzen lassen steht hier genau was man machen muss was man hier eingeben musste steht hier und dann steht das hier alles komplett beschrieben auf dieser offiziellen ja seite ja der komplett offiziellen zeitschrift von diesen von diesem italienischen ja ich nehme an das wird so ein amateur funger club sein oder wie auch immer oder ja wie auch immer so eine informationsseite ist das und da es gibt so ein offizielles heft da steht es tatsächlich auch beschrieben gut das wollte ich noch zeigen auch dazu wie gesagt mache ich euch ein link rein dann habt ihr auch hier gleich ja das anschlussschema ja steht alles genau hier beschrieben hier steht ja auch rx tx anschließend ground und die 3,3 volt das hat bei mir jetzt nicht funktioniert könnt ihr ja mal probieren aber ich habe einfach die batterien eingelegt hier stehen auch die einstellung von dem programm wo ihr braucht das geht mit puddi oder ich nehme jetzt dieses hier das ist hterm das ist auch nichts weiter wie ein terminal programm das könnt ihr aber machen wie ihr dann wollt hier steht auch ja dieses zugangs wort hier dieses stwsv steht da auch mit drin alles hier in dieser zeitschrift in dem fall jetzt als pdf runtergeladen gut dann gehen wir mal hier in unser terminal programm ich habe da schon ein bisschen was vor konfiguriert das werde ich jetzt mal laden so und zwar am besten ist es jetzt ihr macht hier jetzt wirklich ein screenshot und zwar hier von diesen ganzen einstellungen ja wie man das programm am besten einzustellen hat würde ich jetzt mal sagen ja dann könnt ihr das hier genau nachverfolgen auch hier die daten stop die bautrate 9600 und so weiter ihr müsst natürlich die sonde mit eurem pc verbinden über den converter müsst den richtigen comport natürlich den müsst ihr dann noch auswählen weil es kommt darauf an was bei euch das dann angezeigt wird im gerätemanager ja dann wie gesagt schließt ihr einfach die sonde an ja geht auf connect und schaltet die sonde einfach mal an und sobald ihr die sonde angeschalten habt kommt dieses ja ja da kommt dann im grunde die beschreibung der jeweiligen software wo da drauf ist gut da steht auch die transmitter frequenz das ist 401.1 megahertz die transmitter power wie ich euch gesagt habe besteht auf 0 von 7 und ja dann wollen wir das mal uns angucken wie ihr hier seht wie gesagt ich leite ja die hf also die signale direkt durchs kabel und ja die frequenz ist also die leistung ist extrem reduziert deswegen ist das hier auch nur ganz schwach und es ist ja keine antenne dran da kann nichts abstrahlen oder sowas das funktioniert eigentlich ganz gut und speist das direkt in den rtl str stick ein und dann sieht man das hier wie das hier funktioniert so wir haben ja hier gelesen die zutritts das zutrittswort ist stwsv das gibt ihr hier unten das ist praktisch hier diese kommandozeile jetzt kann es passieren es funktioniert sogar gleich es kann auch passieren dass das nicht gleich funktioniert dann müsst ihr einfach die sondern noch mal an und abstöpseln ja dann funktioniert das dann auch irgendwann jetzt hier in dem fall hat es gleich funktioniert und jetzt steht hier eigentlich schon alles relativ gut beschrieben die buchstaben in der klammer hier ja sind die buchstaben wo ihr auf das jeweilige auf die jeweiligen parameter zugreifen könnt zum beispiel hier ich nehme jetzt mal als beispiel die frequenz wo die sonde sendet das wäre dann der buchstabe f den gebe ich dann hier unten auch wieder ein drück auf enter und dann sieht man hier tx frequenzie 401,1 und wenn ich die jetzt zum beispiel wechseln will dann drücke ich wieder f1 und tipp 1 402,1 zum beispiel zack und jetzt haben wir im grunde die frequenz schon gewechselt der sonde von 401,1 auf 402,1 das können wir uns denke ich auch gleich mal angucken ihr seht hier das signal ist jetzt hier weg und dann gehen wir mal auf die 402,1 und jetzt ist es auf einmal hier also die sonde sendet jetzt auf einmal in einem anderen frequenzbereich weil ihr das umgeändert habt dasselbe kann jetzt noch mal zurück machen f40.1 zum beispiel habe ich da die 1 vergessen so und wieder enter und somit hat mir die frequenz jetzt wieder gewechselt und ihr seht jetzt sendet sie nicht mehr auf 402,1 sondern 401,1 so einfach geht es mehr ist es eigentlich gar nicht und so geht das mit jedem parameter wo ihr seht wie gesagt die buchstaben in klammer sind sind immer die zugangs daten im grunde also das was ihr hier unten eingehen müsst um auf das jeweilige parameter zuzugreifen zum beispiel ja was haben wir noch was können wir noch machen serial nummer zum beispiel serial nummer das ist ja immer die nummer wo dann auch auf eurem dekodierapparat steht dass wir würde mit einem i steht ja hier in klammern i konnen mal dazukreiben i na das will er jetzt nicht na gut das kann manchmal sein es ist ja manchmal muss man wirklich nach hier ne hier steht es ja auch ne tschuldigung er hat's gemacht hier steht es ich habe es erst nicht gesehen das kann auch mal passieren dass es nicht funktioniert dann müsst ihr wirklich die sonde einfach nur mal ein und ausstöpseln dann funktioniert es bitte hier steht jetzt serial nummer ist test das habe ich einfach mal geändert in das wort test das heißt sie würde nicht mehr er und irgendeine nummer dahinter aus senden sondern einfach das wort test dasselbe könnt ihr dann mit irgendeinem rufzeichen zum beispiel machen und dann funktioniert das auch ja so könnt ihr jede parameter um ändern in dem in der original software der sonde ohne eine andere software ja drauf spielen zu müssen ganz interessant finde ich das allerdings kann man im grunde ja wenn man wenn man es genau nimmt nicht viel damit anfangen weil ja wenn man die sonde nicht so präpariert wie ich ja dass keinerlei hf ja rausgehen kann also die antenne abgelötet ja dann noch die sende leistung auf null gesetzt und ja direkt praktisch an antenne anschluss zum stick gemacht und dann noch in ein abgeschirmtes gehäuse reingeschmissen ja alles andere wäre natürlich nicht erlaubt wenn man es genau nimmt aber ich finde man kann ja das mal einfach nur mal interesse halber ist das ganz nett ja ich glaube soweit ich weiß kann man sich sogar auch wenn man das tatsächlich nutzen will für eigene wetterbeobachtungsexperimente und so weiter weil die ganzen ja die ganzen sensoren bleiben ja aktiv die ganzen sensoren kann man ja auch dementsprechend ja verstellen wie man selber haben will da gibt es sogar für eigene wetter beobachten gibt es sondergenehmigung da kann man das dann auch in diesem sondenband tatsächlich dann wieder betreiben aber es muss halt vorher wenn man das wirklich frei luft macht ja angemeldet werden natürlich gerade so für wetterballonsexperimente ich habe mich da mal informiert da gibt es wirklich leute die recyceln diese sonden benutzen auch tatsächlich diese software und ja das ist schon nicht schlecht deswegen ist das auch in dieser zeitschrift festgehalten wie man das macht das ist ja nicht ohne grund so ich will da noch mal gerade drauf gehen das ist die radio rama also das ist ja auch steht auch nicht hier ohne grund drin in dieser zeitschrift weil salar ist ja auch immer an sich ganz froh wenn man ihre sonden wieder recycelt und nicht in der landschaft liegen lässt von daher ist das alles gut und ist hier auch alles dementsprechend beschrieben aber wie gesagt man braucht dafür dann eine genehmigung und das steht hier auch vieles beschrieben was das betrifft hier steht aber auch beschrieben natürlich dass man das nicht einfach so machen darf ja und man darf natürlich niemanden damit stören also es darf keine störquelle sein also bitte jetzt nicht einfach diese sonden aktivieren wieder weil wie gesagt ist verboten und es stört einfach ja es ist eine stör sender mehr oder weniger und das kann man nicht machen das ist wirklich verboten und es ist auch mit gutem grund verboten ja ich finde es auch in ordnung deswegen wenn man sowas mal experiment halber macht dann müsst ihr halt eure sonde opfern müsst sie auseinander bauen antenne abbauen ja müsst kabel dran bauen und 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 das da auf gar keinen fall was in die luft geht aber ansonsten eine schöne sache kann man mal probieren wie gesagt hier steht alles drauf hier dieses st wsv das steht auch da dieses zugangs wort zu der software wie man alles zu machen hat ja da haben die italiener ja eine schöne beschreibung gemacht die zeitschrift kann ich übrigens generell empfehlen die ist wirklich klasse da steht einiges beschrieben also viele experimente auch super sache wie gesagt link dazu stelle ich euch in die video beschreibung gut das soll es mal gewesen sein das wollte ich euch einfach mal zeigen dass das auch so geht ja und ja ich hoffe ihr hattet etwas spaß und wie gesagt alle links in der video beschreibung und ja wenn es euch gefallen hat würde ich mich natürlich über den daumen hoch sehr freuen und über den abonnenten natürlich auch dann macht's mal gut tschüss und ja und ja und ja und ja